Einkaufszentrum der Gesichtslosen Ich habe diesen Traum, jenen Traum von verschachtelten, feuchten Fluren aus grauen Vinyl-Asbestplatten und blassgelben tapezierten Wänden. Die Luft erfüllt von altem Kleister, kaltem Zigarettenrauch und der Andeutung einer Follnis, die noch keine sichtbare Form angenommen hat, es aber schon bald tun würde. Ein Bürogebäude aus vergangener Zeit, lange bevor die ersten Heimcomputer zu flackerndem Leben erwachten. Lange vor New Work und flachen Hierarchien. Ein Friedhof für Hoffnungen, ein Tempel der Depression, ein liebloser Betonsarg, gemacht, um Lebenszeit aufzusaugen. Nur, dass außer mir niemand mehr darin ist, der ihm seine Zeit opfern könnte. Jede der schmucklosen, aufgedunsenen Türen, die ich öffne, hält nichts weiter bereit als einen leeren Raum mit einem Bürostuhl, bespannt mit rissigem Kunstleder, einer flackernden, schmutzigen Halogenlampe und einem klobigen Schreibtisch mit grau gemaserten Aktenordnern darauf, in denen Dokumente abgeheftet sind, die ich nicht lesen kann. Sie sind in meiner Sprache geschrieben, so viel weiß ich. Doch immer, wenn ich meinen Blick angestrengt darauf fokussiere, verschwimmen die Zeilen von meinen Augen zu einem dunkelblauen, öligen Fluss aus ertrinkenden Buchstaben. Manchmal glaube ich dennoch, etwas lesen zu können. Namen ohne Bedeutung, Zahlen ohne Bezug, Fakten ohne Kontext, die sich wie ein nutzloser Müllhaufen in meinen Geist stapeln und meine Neuronen verstopfen. Dennoch treibt es mich immer wieder hierhin auf der Suche nach etwas, das mir weiterhelfen könnte und bringt mich dazu, in den unbeschrifteten Ordnern zu blättern. Jedes Mal, wenn ich sie zur Hand nehme, klebt an meinen Fingern feiner grauer Staub, der sich kaum wieder abwaschen lässt. Die grauen, mit Schubladen ausgestatteten Metallschränke, die direkt in die Wände eingelassen sind und wie trostlose Plattenbausiedlungen vom Boden bis zur Decke auffragen, lassen sich öffnen, wenn man die kleinen Schlüssel dreht, die in den Schlössern festgerostet sind. Meistens sind die Schubladen leer, manchmal jedoch befindet sich etwas darin. Ein halb, blinder oder gesprungener Taschenspiegel, immer derart verschmutzt, dass man sich nicht darin erkennen kann, wobei es unmöglich ist, die Verschmutzungen zu entfernen. Ein altes Foto einer Frau oder eines Mannes, deren Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verblichen ist. Die leblose Porzellanhand oder der traurige Kopf einer Puppe. Manchmal jedoch auch Nahrung. Ein verschrumpelter Apfel, eine trockene Graubrotstulle mit muffiger Salami, eine Plastikflasche voll abgestandenem Wasser. Nichts davon ist frisch oder schmackhaft, wenn auch nicht wirklich verdorben. Noch nicht. Dennoch schmeckt es alt und man hat das Gefühl, dass sich bald die ersten Fruchtkörper von bislang noch unsichtbaren Pilzen darin zeigen werden. Doch noch tun sie es nicht und mein Hunger und mein Durst verbieten es, mir diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Doch früher oder später verlasse ich die leeren Büroräume wieder. Meistens sogar früher. Sie lösen nämlich ein Gefühl in mir aus, das noch schlimmer ist als jenes, welches mich auf den bedrückenden Fluren befällt. Ein Gefühl, als ob der Raum selbst an mir zerren würde. Als ob er danach trachten würde, kleine Fragmente meiner Seele abzulösen und sie seinen fleckigen Tapeten, seinen kryptischen Aktengräbern und zwecklosen Containern hinzuzufügen. Vielleicht ist dem auch so. Vielleicht füllen jene Schubladen sich jeden Tag mehr und mehr mit dem, was mich zum Menschen macht. Die Flure sind besser, aber sie sind nicht gut. Auch hier fühle ich mich unwohl. Verloren. Ständig beobachtet und eingeengt wie im Verdauungstrakt einer toten, verrottenen Schlange. Irgendwann, nach scheinbar lieblos kopierten, endlosen, namenlosen und sinnlosen Büroräumen sowie Toilettenräumen ohne Wasser und mit schmierigen Spiegeln, erreiche ich eine Treppe. Ihre Stufen sind eng und abgenutzt, doch in jenem Treppenhaus gibt es zumindest Fenster. Kleine, schmutzige Fenster besudelt mit derselben öligen Substanz, die auch die Spiegel verunreinigt hat. Auch von den Fenstern lässt sie sich nicht entfernen, egal was man auch versucht. Dennoch erlauben diese Fenster wenigstens einen verschwommenen Blick auf eine Außenwelt, die ich niemals erreichen kann. Ich sehe dort grobe Formen und Farben. Manche bewegen sich, andere stehen still. Ob es sich um Bäume oder Häuser, Straßen oder Flüsse, Personen oder Tiere oder etwas völlig anderes handelt, kann ich nicht sagen. Doch es ist Nacht. Immer ist es Nacht, auch wenn von irgendwo das Licht des Mondes oder einer Straßenlaterne seinen kläglichen Beitrag zur Beleuchtung dieser Nacht leistet. Ich gehe die Treppe hinunter. Sie knarzt bei jedem Schritt, so als würde sie mein Gewicht nicht aushalten. Aber sie tut es dennoch. Die Treppe endet an einer Tür. Diese Tür führt in ein leeres Einkaufszentrum, dessen breiten Gänge und verwirrenden Ladenfronten wie ein Sterben danach Kunden schreien, die ihm in der Stunde seines Todes beistehen. Eines Todes, der nicht kommen wird, solange ich hier bin. Ich, das spüre ich, bin der Grund, aus dem das Gebäude nicht kollabiert, sich seine Bausubstanz nicht auflöst wie ein schmackhafter Kadaver in einem vor Leben brummenden Dschungel. Doch ich bin nicht genug, um es ins Leben zurückzurufen. Es geht nach besseren Zeiten. Nach Familien auf der Suche nach günstigen Möglichkeiten, ihr Heim zu verschönern. Fein herausgeputzten Jungen und Mädchen, die sich ein Eis genehmigen. Oder Frauen und Männern, die sich ein wenig erbärmlichen Luxus leisten wollen. Es sehnt sich nach nervösen Gesprächen, hysterischem Lachen und sorgenvollen Minen, die ihre unterdrückten Ängste in Konsum zu ertränken trachten. Es ist nie ein schönes Einkaufszentrum gewesen, das spüre ich. Nicht einmal in seinen besten Zeiten. Und dennoch sehnt es sich nach diesen Zeiten zurück. So wie fast jeder Mensch die besseren Tage seines Lebens in seiner Erinnerung zu einem regelrechten Paradies verklärt. Ganz gleich, wie wenig sie dem entsprechen, was möglich gewesen wäre. Mein Gefühl sagt mir, dass das Gebäude mich nicht sonderlich mag, auch wenn es mir wahrscheinlich nichts antun kann oder will. Anders als das Bürogebäude jener Fremdkörper, der sich wie ein Parasit an seinen Körper geheftet hat, ist es nicht wirklich böse, nur verbittert und leer. Es mag mich nicht, aber es braucht mich. Es braucht mich, um jenes kleine Theaterstück aufführen zu können, mit dem es sich selbst vorspielt, noch eine Bedeutung zu haben. Doch die Kulisse, die es auffährt, ist erbärmlich. Der alte, zweistöckige Moloch mit seiner hässlichen Architektur, vertrockneten Zierpflanzen in geschmacklosen Töpfen und Kabeln und Dämmplatten, die wie lepröse, schorfige Haut von den hohen Decken hängen, hat nicht mehr viel zu bieten. Im unteren Geschoss gibt es nur vier begehbare Eingänge. Der eine ist der Aufgang in das unselige Bürogebäude. Die anderen führen zu einem Gemischtwarenladen, einem alten Schwimmbad und zum Hinterausgang des Einkaufszentrums. Die restlichen Läden des Konsumtempels lassen sich nicht betreten. Ihre Türen sind nicht nur einfach verschlossen oder verriegelt. Es scheint mir vielmehr so, als wäre es überhaupt nicht vorgesehen, dass man sie öffnen kann. Sie sind fest im Rahmen verschweißt, so wie bei einem Computerspiel, bei dem lediglich die Textur einer Tür auf einen quadratischen Block geklebt wurde, um die Illusion eines Geschäftes zu schaffen. Dennoch weiß ich, dass es keine Illusionen sind. Noch nicht. Das Einkaufszentrum hat lediglich nicht mehr genügend Kraft, diese Teile seiner selbst vollständig aufrecht zu erhalten. Es vergisst sie nach und nach. Ja, ich glaube fest daran, dass das Gebäude an einer Art von Demenz leidet, so wie auch die Gehirnleistung von Menschen irgendwann nachlässt, die keinerlei soziale Kontakte haben. Noch aber kann ich zumindest in die Läden hineinsehen, denn die Fenster der Ladenfronten sind zwar matt und schmutzig, aber nicht blind. Ich sehe in ihnen aus der Mode gekommene Anzüge und Kleider wie abgelegte Haut auf staubigen Stangen hängen. Ich sehe gebogene Stehlampen wie Galgen herumstehen. Ich beobachte Staubsauger und Besen, die von Staub, Dreck und Spinnenweben überwuchert und besiegt worden sind. Ich erblicke stumpfen, klobigen, teuren Schmuck und entdecke Puppen, Holzspielzeuge und Spielzeugsoldaten, die mich so leer und entgeistert anstarren, als sei ihnen gerade erst schmerzhaft klar geworden, dass sie nie wieder jemanden finden würden, der sich für sie interessiert. Die Waren, wie auch die Läden, wirken oft leicht grau oder vergilbt, so als befände ich mich in einem alten Film, auch wenn dieser Effekt nie so stark ist, dass man ihnen nicht auch pure Einbildung zuschreiben könnte. Hin und wieder sehe ich Bewegung in den unzugänglichen Winkeln dieser Läden. Vorhänge von Umkleiden, die sich aufbauschen, als wäre ein Kunde im Inneren dagegen gestoßen. Wand, Beleuchtungen, die flackern, so als wäre jemand an ihnen vorbeigegangen. Kleiderständer, die sich drehen oder ferngesteuerte Autos, die sich unvermittelt bewegen. Manchmal wechseln die Waren auch ihren Platz im Schaufenster oder sogar Preise ändern sich. Und manchmal, wenn ich lange genug in eine der tristen glotzenden Konsumfriedhöfe starre, glaube ich zu bemerken, wie graue Schatten dort drin umherhuschen. Ob dies verblassende Erinnerungen an vergangene Zeiten, zufällige Auswürfe einer sterbenden Fantasie oder reale Geistererscheinungen sind, vermag ich nicht zu sagen. All diese Dinge erfüllen mich mit Trauer, Leere, Freudlosigkeit und geistzersetzender Angst. Aber dennoch ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich sie stundenlang beobachte. Abgesehen davon gibt es ja auch nicht viel, was ich hier tun kann. Die Zeit zieht sich wie ein zäher, leerer Strom dahin, in dem ich verzweifelt versuche, nicht unterzugehen, mich nicht von der Einsamkeit und der Langeweile bezwingen zu lassen, die womöglich meine größten Feinde an diesem Ort sind. Denn Menschen sind soziale Wesen und wie Fische ohne Wasser vertrocknen, so vertrocknen auch sie, wenn sie lange genug kein Gegenüber haben. In dieser Hinsicht bin ich dem Einkaufszentrum vielleicht nicht einmal unähnlich. In der oberen Etage eben dieses Einkaufszentrums befindet sich ein italienisches Restaurant und ein Kino. In letzterem wird Shining angepriesen, ein Film, der, soweit ich mich erinnere, in den frühen 80ern in den Kinos gelaufen sein sollte. Das ist alles, was ich von hier unten erkennen kann und mehr werde ich wahrscheinlich nie in Erfahrung bringen, denn der Weg nach oben ist mir versperrt. Nicht nur, dass die Rolltreppe, die mich dorthin führen sollte, eine wahre Todesfalle ist mit ihren schrägen, rissigen Stufen und all den scharfen Kanten. Vor allem ist sie auch blockiert mit Bergen von stinkendem, verschimmelten Müll, der an der Spitze der Treppe eine Art Barrikade bildet. Einmal jedoch sah ich dort oben auch eine Kreatur, dünn und fahlhäutig, mit dürren, strähnigen Haaren. Sie hat gelächelt, das einzige freudige Lächeln, was dieser Ort seit langem gesehen hat und doch aus purer Bosheit geboren, wie ich zu wissen glaube. Dieses Wesen weidete sich an meinem Schicksal, an meine Einsamkeit und Verzweiflung und doch habe ich es nach diesem einen Mal nie wieder gesehen, so als ob es sich damals lediglich davon überzeugen wollte, wie verloren ich war, um dann dorthin zu verschwinden, wo auch immer Kreaturen wie es hingingen. Im Grunde bin ich froh, dass ich dieses Geschöpf seitdem nie mehr wiedergesehen habe. Doch zugleich vertieft dieser Umstand das Ausmaß meiner Verlorenheit, weswegen ich schon oft versucht habe, über die Barrikade zu gelangen, um zu sehen, ob diese Kreatur oder womöglich andere dieser Art sich im Obergeschoss aufhalten, im Restaurant von zerbrochenen Tellern, Speisen oder im Kino dem Flackern korridierter Filmrollen zusahen. Wenn dieser Albtraum einen Ursprung hat, dann liegt er sicherlich dort bei diesen Wesen. Doch genauso wenig, wie es mir gelingt, die meisten der Geschäfte zu betreten, ist es mir möglich, mich dieses widerliche Hindernis zu bezwingen. Selbst dann nicht, wenn ich meinen Ekel und meine Angst vor Verletzungen überwinde. So bleibt mir also nur diese untere Etage. Sie ist meine Heimat und mein Gefängnis. Zu ihr gehört auch der Gemischtwarenladen gleich gegenüber der geschlossenen Schneiderei. Hier findet sich gelegentlich etwas Brauchbares, wenn auch leider nicht immer. Die staubigen Regale sind zumeist mit Dingen gefüllt, mit denen ich wenig anfangen kann. Nähgarn, Bügeleisen, dicken grauen Wollknäulen, Knöpfen, Vasen und geschmacklosen Glas, Karaffen oder schwere, nach Alkohol und geplatzten Träumen riechende Parfums. Doch es gibt auch Hygieneartikel wie Seife, Zahnpasta oder Toilettenpapier, die mir dabei helfen, meine Körperhygiene leidlich aufrecht zu erhalten. Denn an diesem Ort beginnt man sehr schnell zu stinken. Die Luft ist nicht gut und scheint jede Art von Verfall zu begünstigen, weswegen ich alles schätze, was mir dabei hilft, dagegen anzukämpfen. Es gibt, wie gesagt, hier unten keine funktionierenden Spiegel, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass ich mich in keinem sehr guten Zustand befinde. Wenn ich mich jedoch nicht jeden Morgen mit Seife, künstlich riechenden Duschgel und abgestandenem Flaschenwasser in den schäbigen Toiletten des Büros frisch machen oder wann immer ich mich traue, im Wasser des Schwimmbades baden würde, würde es sicher noch viel schlechter um mich stehen. Der Gemischtwarenladen ist für mich in gewisser Weise ein Segen, denn das Sortiment des Ladens füllt sich alle paar Stunden wie von Geisterhand nach, auch wenn es dort nie Nahrung und nur selten Wasser zu finden gibt. Doch es ist kein paradiesischer Ort. Es stinkt dort nach feuchtem Stoff, Putz- und Mottenkugeln und manchmal finden sich in den Regalen Korkors mit toten Insekten, undichten Flaschen mit giftigen und ätzenden Chemikalien oder Köpfe von Schaufensterpuppen, deren Gesichtszüge mir vage bekannt vorkommen, auch wenn ich nicht genau sagen kann, woher. Der Grund für diese Ungewissheit hat ebenfalls mit diesem Laden zu tun, denn auch dieser Ort nimmt mir etwas weg, wenn auch auf andere Weise als das alte Büro. Für jedes staubige Produkt, das ich aus seinen Eingeweiden reiße, bezahle ich mit einer Erinnerung aus der Zeit vor meinem Traum. Schon jetzt scheint mir mein früheres Leben oft ferner als der unerreichbare zweite Stock des Einkaufszentrums. Deshalb glaube ich auch, dass die Puppenköpfe womöglich Menschen nachempfunden sind, die ich einst kannte, nun aber sicher nicht mehr erkennen würde, falls ich hier zurückkehren sollte, selbst wenn wir einst noch so vertraut miteinander gewesen waren. Das letzte Gebäude, welches mir zugänglich ist, ist das Schwimmbad. Es ist ein düsterer, depressiver, klobiger Bau im Stil der frühen 60er. Die Umkleidekabinen sind verschüttet, die Duschen verstopft und von Algen bewachsen, doch der Schwimmbereich selbst ist noch betretbar. Gesprungene blaue Fliesen bilden dort ein Mosaik der Tristesse und rahmen ein einziges gewaltiges Becken voll dunklem Wasser ein. Die Beleuchtung ist schwach und funktioniert gerade gut genug, um mir die Gestalt dieses Ortes zu offenbaren. Aus der Wand hinter dem Becken auf etwa 10 Metern Höhe ragen vier gebogene Wasserrohre. Die beiden mittleren sind vollkommen trocken. Aus dem linken tröpfelt von Zeit zu Zeit ein schlammiges Rinnsaal. Das rechte jedoch spuckt immer zur vollen Stunde für einige Minuten einen gewaltigen Strom aus leicht kaltem Wasser in das dunkle Schwimmbecken. Diesen Wasserstrahl nutze ich auch zum Duschen. Das Wasser ist alt und abgestanden, wie alles hier drin. Aber es stinkt nicht wirklich und es hilft dabei, den Dreck auf meinem Körper loszuwerden. Während das Wasser über meinen Kopf flutet, hart auf meine Haut aufschlägt, meine Augen blinzeln lässt und mit seinem Donnern meine Ohren füllt, habe ich stets das Gefühl, beobachtet zu werden. Ja, manchmal glaube ich sogar die Berührung feuchter Finger oder den warmen Odem eines Unbekannten auf meiner Haut zu spüren und seinem pestgeschwängerten scharfen Duft zu riechen. Doch bislang verschwindet dieses Gefühl immer wieder, wenn ich meine Augen öffne und ich kann niemanden sehen. Und vielleicht wird das, was auch immer ich dort wahrnehme, sich auch niemals zeigen. Womöglich ist es noch einen dünnen Hau von dieser Existenzebene entfernt, bäumt sich dagegen auf wie gegen flexiblen Zeltstoff, der nicht reist, solange sie, die Wächter dieses Ortes, es nicht erlauben. Aber auch, wenn dieses nagende Gefühl des Beobachtetwerdens mir jeden noch so flüchtigen Moment der Entspannung verwehrt, auch wenn es mir die Zuflucht dieser blassen Erinnerung an die freundliche, warme, gläserne Dusche in jenem fremden Haus an jenem nunmehr namenlosen Ort raubt, an dem ich mein voriges Leben verbracht habe, so ist es doch im Schwimmbad um ein Vielfaches schlimmer, wenn der Wasserstrom versiegt, wenn die Stille mich wie eine Flutwelle überspült und meine Ohren mit schwarzer Watte zu verkleben scheint, wenn die vom fleckigen, gelben Licht geworfenen Schatten sich drohend um den Beckenrand sammeln und mich belauern, wenn ich einsam und verloren in den unergründlichen Tiefen des dunklen Wassers treibe, wie die morschen Bruchstücke eines vor langer Zeit gekenterten Schiffes. Schlimmer jedoch ist der Gedanke, dass es jene unheimliche Schatten überhaupt nicht gibt, dass sie genauso wenig real sind wie die unsichtbaren Kreaturen, die mich bedrängen, wenn ich mir den Staub des Tages vom Körper wasche. Der Gedanke, dass dieser Ort nichts weiter ist als ein bröckelnder und nichtsdestotrotz monumentaler Tempel der Einsamkeit und Leere. Ein Heiligtum des saugenden Nichts, welches die Präsenz von Leben, selbst in seiner grauenhaftesten Erscheinungsform, nicht duldet und welches mich auch irgendwann zerstören wird. Dies und noch viel mehr ist vorstellbar. Erst recht an einem Ort, dessen wassergefüllte Tiefen bis hinab in die Unendlichkeit reichen. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Denn eines verzweifelten Tages habe ich es tatsächlich gewagt, so weit hinab in die feuchte Finsternis zu tauchen, wie es mein Atem erlaubte, ohne hier auch nur die ferne Andeutung eines Bodens auszumachen. Vielleicht ist das Becken auch einfach nur sehr tief. Doch wenn ich ehrlich bin, so glaube ich, dass ich selbst dann, wenn im Laden irgendwann eine Taucherausrüstung erscheinen und ich mich damit noch tiefer hinabbegeben sollte, nichts weiter zustande bringen würde, als irgendwann nach stundenlangem Tauchen orientierungslos und mit schmerzenden verkrampften Lungen im Wasser zu treiben. Sterben nämlich kann ich in meinem Traum nicht. Ich habe es, weiß Gott, schon oft genug darauf angelegt. Ich habe bereits versucht, im Schwimmbecken zu ertrinken, mir mit einem Messer aus dem Laden die Adern zu öffnen oder mit dem Kopf voran vom höchsten erreichbaren Punkt der Rolltreppe hinabzuspringen. Doch alles, was ich damit erreichte, waren grauenhafte Schmerzen und Verletzungen, die nur sehr langsam heilten. Vielleicht jedoch gibt es einen anderen Weg, all dem zu entkommen. Einen düsteren Pfad, der mich nicht zu jenem gespenstischen Schwimmbad, sondern zum Hinterausgang des Einkaufszentrums führt, welcher anders als der Vorderausgang nicht verschlossen ist. Dort befindet sich ein Busbahnhof. Womöglich fragt ihr euch, warum ich dann noch nicht geflohen bin, warum ich nicht diesen Weg genommen habe, um dieser geist zermaternden Routine zu entgehen, warum ich mich nicht einfach in einer der Busse gesetzt und dem Ganzen hier den Rücken gekehrt habe. Doch so einfach ist das nicht. Dieser Bahnhof, an dem ich auch an diesem Vormittag stehe, der nur der Uhrzeit nach ein Vormittag ist, ist womöglich der schrecklichste Ort in meinem an Schrecken nicht eben armen Traum. Er wird erhellt von drei rostigen gebogenen Magnesiumlampen, die ihr gulisches Licht kreisförmig über einen ruden, dreckigen, grob gepflasterten Platz mit grün gestrichenen Bänken auswürgen. Der Boden ist übersät mit Mosen, plattgetretenen Kaugummi-Resten und Zigarettenkippen. Der nächtliche Himmel über mir ist schwarz wie Tinte. Die Bänke sind besetzt mit Menschen oder zumindest waren es einst Menschen. Ihre Körper sind vollkommen normal, wenn auch oft ausgemergelt. Es sind sowohl Frauen als auch Männer, jedoch niemals Kinder. Ihr Alter liegt, soweit ich das sagen kann, meist zwischen Anfang 30 und Mitte 50. Sie tragen Jeans, Buntfalten, Hosen, Röcke, karierte Hemden, graue Jacken, Anzüge, Bandshirts und viele andere Kleidungskombinationen, deren Stil von den frühen 50ern des 20. bis in die 10er Jahre des 21. Jahrhunderts reicht. Ihre Kleidung ist dabei stets staubig, fleckig und zerschlissen und weist manchmal auch Löcher oder erste weiße Schimmelflecken auf. Doch all das beunruhigt mich an diesem Ort, wo Verfall zum Alltag gehört, nur wenig. Was mich wirklich beunruhigt, sind ihre Köpfe. Ich sehe sie stets nur von hinten, selbst dann, wenn ihre Oberkörper in meine Richtung weisen oder wenn ich versuche, sie zu umrunden. Immer drehen sich ihre Köpfe mit mir, ganz unabhängig von den Beschränkungen ihrer menschlichen Anatomie. Ich denke, dass sie überhaupt keine Gesichter mehr besitzen, dass sie diesen fleischgewordenen Ausweis ihrer Identität verloren haben, so wie sie auch sich selbst verloren haben. Ja, ich glaube zu ahnen, dass ich mit ihnen meine Zukunft vor mir sehe, so wie auch die Vergangenheit dieses Ortes. Meine Theorie lautet, dass die Gesichtslosen, die regungslos auf ihren Bänken verharren, an den Laternen lehnen oder in kleinen Gruppen an den Bus steigen warten, einst ebenfalls Träumende waren, bevor sie der Traum ausgezerrt und entkernt hatte, bevor sie sich zu häufig im Gemischtwarenladen bedient oder von den zweifelhaften Köstlichkeiten des Büros gekostet hatten oder schlicht unter der monotonen Last freudloser Tage kollabiert sind. Manchmal, wenn ich die Einsamkeit nicht mehr ertrage und einen Grund dafür suche, meine raue, ungeübte Stimme einzusetzen, versuche ich mit ihnen zu kommunizieren. Ich frage sie, wer sie sind, woher sie kommen, wie lange sie bereits hier sind oder wie sie heißen. Natürlich antworten sie mir nicht. Und auch wenn mich dies einerseits betrübt, so habe ich auch große Angst davor, dass sie mir eines Tages doch antworten könnten. Denn welche Ungeheuerlichkeiten, welche seelenfressenden Erkenntnisse hätte jemand zu berichten, der nicht nur ins absolute Nichts geblickt, sondern gar zu einem Teil von ihm geworden war. Aber auch wenn ich von den Gesichtslosen keine Antwort erhalte, so glaube ich doch eines zu wissen. Dieser Busbahnhof hier war einst ihre letzte Zuflucht gewesen. Der Strohhalm, nachdem sie verzweifelt gegriffen haben, als der letzte sterbende Funke Identität dies wimmernd und flehend von ihnen verlangte. Sie hätten entkommen können, wahrscheinlich zumindest. Die Welt jenseits des Bahnhofs verliert sich, zumindest auf dieser Seite, in einem finsteren Gemisch aus nächtlicher Schwärze und drückendem, übel riechenden Nebel. Zu Fuß lässt er sich nicht betreten, da er nach einigen Schritten so fest wie Gummi wird. Doch dies ist ein Busbahnhof und wenig überraschend gibt es hier auch einen Bus. Nur einen einzigen. Ein klappriges, verrostetes Etwas von unbestimmbarer Farbe. Er fährt pünktlich alle drei Stunden ab, wie es die beschlagene Standuhr viktorianischen Stils verrät, die wie ein verwitterter Grabstein im Zentrum des Bahnhofs vor sich hin rottet. Der Bus fährt immer wieder ratternd und ungerührt in die dunkle, nach vollen stinkende Suppe hinein, so als würde er ihre Umarmung genießen. Und stets kehrt er wieder zurück. Doch nie befindet sich ein Gast in ihm. Lediglich der gesichtslose Fahrer, nach seinem Hinterkopf und dem sichtbaren Teil von Körper und Kleidung zu urteilen, ein grauhaariger, dicklicher, männlicher mit 50er aus den 70ern, macht jede dieser Fahrten mit. Jeder der verzweifelten Gesichtslosen hätte also einst das Wagnis eingehen und den Bus besteigen können, bevor es zu spät dafür war. Was hätten sie schon zu verlieren gehabt, außer einem Platz in der Vorhölle? Doch auch wenn dies theoretisch stimmen mag, so habe auch ich mich noch nicht dazu durchringen können, diese Fahrt anzutreten. Dabei besuche ich auf dem Schild an der Front des Busses geschrieben steht. Alt Entheim. Dieser Name verheißt nichts Gutes. Er steht ganz und gar nicht für einen Neuanfang. Vielmehr ist er erfüllt von unguten Andeutungen, die meine Fantasie zu boshaften Eskapaden reizen. Doch ich glaube, dass das nicht der eigentliche Grund ist, aus dem ich zögere. Der wahre Grund liegt tiefer als die bloße Angst vor dem Namen einer unbekannten Stadt. Es gibt ein Wort dafür. Komfortzone. Es beschreibt im Wesentlichen das unbedingte Festhalten an bekannten Ritualen und Umgebungen aus Angst vor den Gefahren und Unannehmlichkeiten, die das Unbekannte bieten könnte. Und zwar ganz unabhängig davon, wie unangenehm grauenhaft und erdrückend jener isolierende Kokon der Gewohnheit ist, in das man sich Tag um Tag eingesponnen hat. Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Die Schrecken, die mir hier tagtäglich begegnen, kenne ich gut. Sie sind zumindest bis zu einem gewissen Grad berechenbar. Doch jene Nachtmare, die mich womöglich in Alt-Endheim erwarten würden, kenne ich noch nicht. Wer sagt mir denn, dass es dort nicht noch viel schlimmer sein würde als hier? Dass mich nicht der wahre namenlose Schrecken empfangen würde, wenn ich mich diesem rollenden Sarg anvertraue, gesteuert von einem Agenten der Leere, der mit mir mitten in die stinkenden Nebel hineinfährt. Natürlich, mir ist bewusst, dass ich letzten Endes keine Wahl habe, wenn ich nicht selbst zu einem der Gesichtslosen werden will. Aber noch habe ich Zeit. Noch besitze ich viele meiner Erinnerungen, noch weiß ich im Großen und Ganzen, wer ich bin. Vielleicht werde ich eines Morgens den Mut aufbringen, wenn ich in den Fluren des alten Büros oder auf dem harten Boden des Einkaufszentrums aus einem traumlosen Schlaf erwache. Doch bis dahin, sage ich mir, während der leere Bus einmal mehr passagierlos in den Schatten getränkten Nebel verschwindet und mich im Kreis der Gesichtslosen zurücklässt, habe ich noch Zeit. Fürs Erste werde ich zurück ins Einkaufszentrum gehen, mich duschen, mir etwas zu essen besorgen und sehen, was der gemischt Warenladen heute für mich bereithält. Denn dies ist mein Traum und dieser Traum ist mein Leben. Denn throughout die le blah viele uis vers los die sind und bis to